Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier im Zweiten Weltkrieg und wir haben Polen schon erobert, Leute. Wir haben Polen erobert und wir machen uns gerade hier fertig für den Krieg gegen Norwegen. Alles klar, dann würde ich sagen, sind wir auch bald voll. Wir sind voll. Und, ja, die bauen auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal in Angriff. Nehmen wir das mal in Angriff, wenn die Flugzeuge mal da rausfliegen würden. So, zack, alles klar. Den hier auch bitte mitnehmen. Und dann nochmal hier oben gegen Norwegen. So, weil die haben ja Schiffe, das ist krass, dass die Schiffe haben. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Und, ja, würde ich sagen, machen wir hier direkt weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nehmt die bitte mit. So, nehmt die bitte mit. So, zack. Und, ja, machen wir mal weiter hier im Zweiten Weltkrieg. Wir werden ganz schön belagert von den französischen Flugzeugen. Aber gut, das sollte schon gehen, so. Alles klar, so, dann kommen jetzt nämlich die Schiffe. Und ich hoffe mal, dass wir die Schiffe irgendwie hier platt kriegen. Es sind nämlich auch britische Schiffe dabei. Boah, Leute, die Schiffe sind übel. Die Schiffe sind echt übel, du. Muss ich sagen, Leute. Wir haben immerhin zwei Artillerien. Britische Schiffe. Ja, ja, das ist... Das ist so bescheuert. Warum sind die Briten hier oben bei Norwegen dran? So, Dänemark und Norwegen. Toll. Mein ganzer Angriff ist fast weg, ne. Das ist so bescheuert. Wie viel Schaden diese Drecksschiffe machen. So, Leute. Äh, dann hier. Drauf da los. Gut. Alles klar. Der Engländer ist Geschichte. Ich kann keine Artillerien mehr bauen, weil ich dafür... Hä? Moment. Ach, kein Eisen hab. Ja, ja, kein Eisen. Gut. Die sind weg. Sehr gut. Dann schaffen wir das. Ja, vielleicht sogar. Die Schiffe sind nämlich weg. Und was ist das da für einer? Das ist ein Flammenwerfer. Ja, in Ordnung. So, gut. Alles klar. Dann mach bitte diese Türme weg. Sehr, sehr gut, Leute. Wir machen Fortschritt. Was sch... Alter. Brite. Jetzt hör mal... Washington? Ah, ne. Warrington. Jetzt hör doch mal auf mit dem scheiß Schiffen hier. Verdammt nochmal. So. Du nervst. Dein drehst Schiffen da. So. So. So, weg damit. Da ist das Kapitol von Norwegen. Alles klar, liebe Leute. So. Wir werden... Was zur Hölle? Wie kommt der hier rein? Oh, Leute. Das ist... Ernsthaft? Das ist bescheuert. Das ist echt bescheuert. Drei Bürger nochmal nachbauen. So, liebe Leute. Die machen weiter das Kapitol hier im Arsch. Das ist schon mal gut. So, wie lange haben wir denn noch Zeit? Wir haben Frühjahr 1940. Ach du Scheiße, Leute. Das wird knapp mit der Zeit. Oh, okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht hier der Krieg los, ja. Nein, nicht auf die Türme, Mann. So. Ja, toll. Okay, dann. Mach doch auf den Turm. Okay, alles klar. Dann müssen wir uns nochmal... ...nochmal vorbereiten. Och, wir haben hier sogar schon einiges. Die Flakpanzer, ja. Die Flakpanzer. So, Leute. Die Flakpanzer können sich aber hierhin stellen. Weil die Norweger, die haben keine Flaks. Äh, keine Flugzeuge. Deshalb, ja. Gut, Leute. Panzer können wir nicht bauen, wegen fehlendem Eisen. Aber wir können hier Maschinengewehre bauen, liebe Leute. Was denn? Ja, Spitfires. Ja, genau, Leute. Der hat Spitfire, der Britte. Ich muss hier oben irgendwo nochmal was aufbauen. Ich muss da oben nochmal Flaks bauen, liebe Leute. Ah, kann ich nicht wegen fehlendem Gold. Oh, verdammt, ey. So. Ah, ich kann hier ein paar Flakpanzer abstellen. Hier oben. Das mache ich, Leute. Das mache ich. Ein paar Flakpanzer. Und, äh, wir brauchen, ich brauche eigentlich, verdammte Kacke, ich brauche eigentlich mehr von dem Kram. Äh, ja. Dann stellt euch mal bitte hier vorne hin. So. Flakpanzer an die Front. Wir werden angegriffen. Was zur Hölle? Wir werden angegriffen. Wo kommt der denn jetzt her? Dieser, dieser Sack. Macht der meine Flakpanzer im Arsch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey. Dein Ernst? Mach die weg. So. Dann stellt euch mal bitte an die Front. Puh. Keine Ressourcen mehr, ne? Das ist, das ist kacke gerade. Das ist gerade echt kacke. Aber gut. Das könnte klappen. Das könnte klappen, tatsächlich. Aber das ist doof, dass wir da schon... Ha. So, Leute. Oh. Machst du mal hier... Macht ihr mal hier... Die Spitfires, ey. So nervig. Oh. Seit wann hat Norwegen Bomber? Oh. Euer Ernst? Dann macht ihn im Arsch. So. Dann macht ihn im Arsch, Leute. Oh. Jetzt hat er schon wieder so ein Drecksschiff hier. Hat er schon wieder Drecksschiffe hier. So, Leute. Äh. Dann. So. Macht die einfach alle platt. Dann diesen einen Turm da. Och, verdammt. Oh, scheiße. Wie soll man das denn machen, wenn man keine Ressourcen hat hier? Oh, Mann, Leute. Euer Ernst? Ja, den Turm kriege ich nicht mit denen. Den Turm kriege ich nicht. Äh, scheiße. Scheiße. Ich muss tatsächlich noch mal Ressourcen abbauen hier. Das wäre zu einfach gewesen, ne? Wirklich. Aber wer... Die Zeit dringt. Wir haben schon Frühjahr 40, Mann. Vor dem Herbst 1940, ey. Scheiße, Leute. Scheiße. Ich kann nix bauen. Mörser. Bazookas. Ich kann nix machen. Das ist so blöd, ey. So, Bomber. Abschießen. Oh, Mann, Leute. Das ist echt viel. So, die Flakpanzer. So, schießen ab. Sehr gut. Das ist halt echt das Ding, ne? Wir haben... Das war blöd. Ich muss das Ding noch mal laden, Leute. Spiel laden. Also, es tut mir leid, wenn ihr jetzt acht Minuten verschwindet habt, aber... Ich muss das Ding laden und ich muss hier hinten... Hier hinten muss ich, äh, Bürger bauen. So. Und das nicht so knapp. So, Leute. Äh, kriege ich hier? Nein, kriege ich nicht. Egal. Ah, wir haben noch einen vollwertigen Angriff. Okay, Leute. Dann nimm mal bitte die Flieger da weg. Fertig. Ach, verdammt. Ja, gut, dann. So. So, liebe Leute. Äh, der Jäger, den ich ja jetzt mit, äh, hier markiert hab, der kann mal bitte erst mal scouten. Ich muss die Schiffe erst mal platt machen. Das ist das Ding. Ich muss die Schiffe erst mal platt machen. Die Schiffe, die sind übel, Leute. Die Schiffe. Da, genau. Diese Dricks, Dinger. So, Artillerie. Kommt mal her. Mach mal die Schiffe platt. So. Boah. So. Der Jäger, der kurvt weiter rum. Das ist ganz gut. Okay, bam. Bam. So, liebe Leute. Weiterschießen. Einfach weiterschießen. Und nicht bewegen, blödes Ding, ey. Ja, das bewegt sich immer. Deswegen trifft es natürlich jetzt nicht, ne? Bam. So. Liebe Leute. Oh. Ach du Scheiße. Weg da. Äh. Äh. Ist noch einer. Um Gottes Willen. Ach man, Leute. Die nerven die Dreckschiffe. Äh, gibt's hier irgendwo einen deutschen Offizier, der den irgendwie heilen kann oder so? Och man. Leute, jetzt hört doch auf. Wirklich eh mit euren Dreckschiffen. Hä. Mensch. Was macht ihr denn im Arsch? Da ist noch eins. Ey, ich könnte kotzen. Ich könnte gerade echt kotzen. Haubitzen, kommt mal her. Mach mal. Mach mal. Auf die Schiffe da. Bam. Bam. Oh ja, sehr gut. Die Haubitzen. So. Haubitzen gegen die Schiffe. Diese Drecksschiffe. So. Alles klar, liebe Leute. Dann. Äh, wo ist der Jäger? Ich brauche mal bitte Jäger, Leute. Da ist einer. Ach, verdammt. Da kommt einer schon raus. Scoute mal bitte, ob der noch Schiffe hat. Der Freak da. Ach man, Leute. Gut, aber wir haben ja schon... Frühjahr 1940, ne? Das ist blöd. Das ist echt blöd gerade. Gut, egal. Hat der noch Schiffe? Er hat keine Schiffe. Oh mein Gott. Das ist so gut. Er hat keine Schiffe mehr. Sehr gut. Flieg mal weiter hierher. Er hat doch noch Schiffe. Von wo? Von wo? Da. Ach du Scheiße. Okay, raus da. Raus da. Verdammt. Artillerie kann er drauf schießen. Äh. Verdammt, Leute. Das ist so blöd. Wirklich, das ist so blöd. Der mit seinen Drecksschiffen da. Aber gut. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier besser schaffen. Einfach raus aus der Range von dem. Ach man. Das kann doch nicht wahr sein. Mach diese Drecksdinger kaputt, ey. Wirklich. Mach diese Drecksdinger im Arsch. Oh. So. Und hinten noch. Die Panzer können... Oh. Er hat noch zu viel dabei. Der hat noch zu viel. Das ist noch viel zu viel. Ach man. So. So. Lass den Panzer auf das Schiff schießen. Ja. Äh. Leute. Ihr seid so... Ihr seid doch bescheuert mit euren Drecksdingern hier. Wirklich. Ja. Ja. Keine Ahnung. Schießt da drauf einfach oder... So. Ihr schießt da hinten drauf. So. Los. Oh. Auf das Schiff da. Auf dieses Drecksding. So. Liebe Leute. So. Wir haben es. Wir haben das Ding aber gleich. Oh. Mann. So. Liebe Leute. Dann... Bitte einmal zusammenstellen. Okay. Okay. Und die Artillerie auf die Türme schießen lassen, wenn es geht. Wenn es denn geht. Okay. Ja. So. Okay. Sehr, sehr gut. So. Alles klar. Auf die Türme bitte. Und direkt nachbauen. Ich brauche sehr viel von dem Zeug hier, ne? Ach, verdammt. Ja. Alles klar. Das sind die Flakpanzer. Sehr, sehr gut. Okay. Okay. Die Flakpanzer können hier oben hin. Und mal bitte... Und bitte stehen bleiben. Bitte stehen bleiben. Und die können mal nach oben nachkommen. Gut, liebe Leute. Dann sammelt euch mal hier. Dann habe ich ja ein bisschen was übrig. So. Deutsche Offizier. Habe ich keinen mehr? Doch. Hier. So. Nimm den deutschen Offizier mit. Sehr gut. Ja. Wir haben drei Flammenwerfer dabei. Das ist auch gut. Ja, gut. Äh. Hier. Ach, verdammt. Nein. Och, Leute. Hört doch mal auf mit euren scheiß Schiffen. Ihr könnt doch nichts anderes, oder? Wisst ihr was? Sammelt euch mal da hinten. So. Wo ist der Offizier? Da ist der Offizier. So. Der kann nämlich heilen. Hä? Ich dachte, er kann heilen. Was soll denn das? So. Gut. Offizier, mach mal einen Schlachtruf. Ja. Schlachtruf, Leute. Offizier, mach schon einen Schlachtruf, bitte. So. Alles klar, liebe Leute. Dann. Hier. Kapitol. Platt machen. Los. Schnell platt machen. Schnell. Verdammt. Gut. Wir haben nichts, was gut gegen Gebäude ist, ne? Du gehst mir da hinten ganz schön auf die Nerven. So. So. Okay. Okay. Weg. 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 Okay. Und hier. Alle platt machen. Los. So. Ja. Diese Panzer, die sind... Die sind nix. Diese Dinger. So. Okay. Alles platt machen hier. Los. Mach mal alles platt. Los. So. Deutscher Offizier. Zack. Oh Gott. Ach. Verdammt. Wieder nix. War wieder nix, oder? Ne. Das reicht nicht. Mach diese Scheiße hier kaputt. Los. Gut. Alles klar. Dann brauche ich bitte... Ich brauche weiteres Eisen. Ich brauche unbedingt Eisen, Leute. Die Bürger können bitte da hinten hin. So. Leute. Äh. Dann. Hier. Bitte Eisen abbauen. Ganz schnell, bitte. So. Die machen das schön weiter im Arsch. Das ist gut. Leute. Das ist gut. Frühjahr 1940. Oh Mann. Gut. Alles klar. Ja. Ich brauche unbedingt das Eisen, Leute. Ich brauche unbedingt das Eisen. Ich brauche unbedingt das Eisen. Aber die machen das. Guckt mal. Die machen das Ding im Arsch. Sehr gut. Aber die schaffen das nicht, den Turm da platt zu machen. Das glaube ich nicht, Leute. Schneller. Ich brauche mehr Zeit. Verdammt. Nochmal. So. Wir haben 90, äh, Eisen. Das Ding ist kaputt. Sehr gut. Alles klar, liebe Leute. Dann bitte versucht mal hier diesen Turm im Arsch zu machen. Kriegt ihr das hin? Ach. Sherman-Panzer. Oh, das schafft ihr sogar. Egal. Das schafft ihr sogar. Macht die Einheiten platt. So. Diesen Turm. Oh, geil. Okay, cool. Okay, dann hier. Zack. Was zur Hölle? Wo kommt ihr denn her? Wo kommt die denn her jetzt? Helft ihr mal. So. Macht diesen Panzer platt. Boah. Die halten ja gar nichts aus, die Shermans, ey. So. Was macht das weg hier, Mann? So. Sehr gut. Alles klar. Alles klar. So, wir haben. Wir kriegen wieder Eisen rein. Sehr, sehr cool. Okay, Leute. Äh, dann brauche ich nochmal fünf Bürger. Wir werden angegriffen. Wo? Was zur... Was zur... Hörst du auf? So. Alles klar, Leute. Sommer 1940. Wie soll ich das denn machen so schnell? Das geht doch mal gar nicht. Das geht gar nicht, Leute. Sommer 1940. Ähm, da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Vielleicht müsste ich nochmal privat neu starten, wenn das nicht klappen will. Na, was ist das irgendwie? Irgendwie knapp die Zeit. Die Zeit ist echt knapp. Ach, Maschinengewehr direkt weg mit dem Scheiß. So, putz. Und dann hier weg machen. So. Das Ding platt machen. Los. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Zeit ausreicht. Sommer 1940. Wie soll ich das denn machen, Mensch? Ach, du Scheiße. Äh, Maschinengewehreinheiten. Die halten zum Glück nichts aus. So. Da sind noch mehr. Wo kommt der her? Wo kommen die her? Verdammt nochmal. So. Gut. Meine Bürger. Die bauen bitte hier. Ein neues Ding hin. Flammenwerfer. Kommt der denn her? So. Liebe Leute. Gut. Alles klar. Höh. Ähm. Äh. Die heute marschierten deutsche Truppen siegreich durch die Straßen einer weiteren Hauptstadt Europas. Die gewonnenen Ressourcen kommen dem deutschen Oberkommando gerade recht. Wir werden angegriffen. Okay, Leute. Alles klar. Wir haben's. Wir haben's. Sehr gut, Leute. Ich kann jetzt möglichst schnell hier die Artillerien. Hier. So. Wir brauchen sehr viel von dem Zeug. Und am besten Manneken. Wir werden angegriffen. Manneken. Manneken. So. Was zur... So. So. Bürger. Und jetzt bitte schnell Frankreich den Krieg erklären. Vielleicht muss ich mich gerade echt konzentrieren. Weil, hm. Die Zeit, die reicht anscheinend nicht, hä? Die Zeit, die reicht nicht. Nee, nee. Sommer 1940. So. Aber Team 1 ist schon zu Hause. Das ist schon mal gut, Leute. Bum, bum. Ja. Das ist gut, Leute. Bum, bum ist immer gut. Gut. Dann... ...haben wir Norwegen und Polen besiegt. Ja. Die machen nichts mehr. Sehr gut, Leute. Dann macht ihr mal bitte mit hier... Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Egal. Dann macht ihr mal bitte mit hier. So. Holz. Einfach. Gut. Alles klar. So. Bum, bum. Macht mal bitte weiter hier die... Ah, nee. Nee, nee. Mehr Maschinengewehre. So. Ich brauche mehr Eisen für die Panzer vor allem. Ich brauche immer die Panzer. So. So. Alles klar. Ich brauche noch 5 Minuten, Leute. 5 Minuten und dann... ...hätte man die Mission geschafft, ey. Bauen sie fort im Herbst. Ach, toll. Das kann doch nie im Leben was werden, Leute. So. So. Panzer. Ihr seid dabei, ne? Sehr gut. Korrekt. Alles klar, liebe Leute. Gut. Dann die Jäger mal bitte ein bisschen weiter nach vorne. Damit ich gleich direkt losmarschieren kann. Direkt, Leute. So. Wir haben Polen besiegt. Wir haben Norwegen besiegt. Weitere Einheiten. Kommt bitte raus. So. Ich mach bitte schneller, ey. So. Alles klar. Die Panzer. Sehr gut. Bum, bum. So. Weitere Panzer. Ich hoffe, dass die Zeit ausreicht. Ey, Mann. Die Zeit ist extrem knapp. So. Ich glaube, ich werde schon mal Krieg erklären gleich. Wenn die nächsten rauskommen, ja. Dann. Dann werde ich den Krieg erklären. Bum, bum. Ja. So. Okay. Dann. Leute. Frankreich. Krieg. Sowjetunion. Was? Okay. So. So. Die Streben, den europäischen Kontinent zu beherrschen, hat Deutschland heute der Republik Frankreich und die Binellos-Länder den Krieg erklärt. Französische Regierungsbeamte gaben sich zuversichtlich, dass der Feldzug der Deutschen an der schwer bewaffneten Magien-Lohlinie zu Ende sein würde. General Charles de Gaulle inspizierte die Verteidigung von der Front und war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Sehr gut. So, Leute. Dann geht's mal los. So. Ja, jetzt hab ich halt hier meine ganzen Einheiten gebaut, ne. So. Die Grenzen sind offen. Das ist schon mal saugut. Wirklich. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Zeit reicht. Ich hoffe, dass die Zeit reicht, wie gesagt. So. Wumms. Kaputt. Mach's kaputt hier. Los. Los. Flugzeugunterstützung hab ich genug. Ja. Ähm. Flakpanzer. Kommt ihr mal bitte nach vorne. So, Leute. Vor dem Herbst also. Gut. Macht ihr nur das da kaputt. Nur die Kaserne. Überall, wo Einheiten rauskommen können. So, Leute. Dann, äh, hier. Okay. Okay. Da ist noch. Da sind noch was. Da ist noch. Äh. Die machen meine Flakpanzer platt. Äh, shit. Okay, Flakpanzer raus, 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 raus. Äh, verdammte Scheiße. Egal, ich hab dafür die Jäger. So, das ist schon mal gut. Okay, rein hier. Einheiten platt machen. So. Und rein marschieren hier. Los. Ach, du Kacke. Was? Was zur Hölle? So. Okay, rein marschieren. Los. Ach, du Kacke. Äh, reicht das? Ich hoffe, dass das reicht, Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Oh, ja. Ja, das könnte reichen, Leute. Das könnte reichen, tatsächlich. Oh, mein Gott. So, ja. Sehr, sehr gut. Oh, da unten ist noch eine Artillerie. Von ihm. Oh, Mann. Ekelig. Richtig ekelig. Ekelig. sind noch zwei Dinger. Okay. Gut. Aber klappt. Das klappt, Leute. Das muss klappen. Artillerie. Hälfte mal bitte hierbei. Mensch. So, genau. Und unbedingt die Flieger platt machen. So. Wo kriegt er seine Einheiten wieder her, hier? Mensch, nochmal. Das kann doch nicht wahr sein hier. Los. Bomber. Oh Gott. Jäger, kommt mal bitte mit nach vorne hier. So, hier hin am besten. Och, Mensch. Jetzt hört doch mal auf, euch zu wehren. So. Hier auch bitte. So, liebe Leute. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich Herbst ist und wir es dann verloren haben, Leute. Echt nicht. Boah, das ist blöd. Das ist gerade echt doof hier. So. Wehrt euch doch. Okay. Verdammte Scheiße. So. Mach die... Mach die... Manneken weg da. So, liebe Leute. Ach, Mann. Die halten so viel aus, die Dinger. Hat da auch noch aufgerüstet, ne? Aber das passt schon so, Leute. Das passt schon so. So, liebe Leute. Da hinten das Ding. Die Panzerfabrik. Oh. Und dann sind wir durch, Leute. Hab ich Bürger? Ich brauch bitte Bürger. Bürger. Ganz schnell Bürger. Och, geil. Da sind schon Einheiten, aber... Oh Gott. So, fünf Bürger. Und hier drauf. Oder Moment. Nee, nee. Ich nehme mir hier welche von. Das muss jetzt schnell gehen, Leute. Das muss jetzt echt schnell gehen. So, Bürger, komm mal her. Och, wo kommen denn jetzt die Einheiten her? Wo kommen denn jetzt die Einheiten her? Verdammt nochmal. Mörsereinheiten. Boah, ist das mies. Ist das mies. So, Leute. Alter. Wo kommt die Scheiße jetzt hier her? So. Hä, Mann. Meine Bürger wurden natürlich jetzt abgeballert. Ne, ist klar. Gut. Drei. Hier, fünf. Ja. Und was macht ihr da? Ich muss schnell machen, Leute. So. Schießt euch bitte hier durch. Schneller. Das kann doch nicht wahr sein. Wehe, es ist jetzt gleich Herbst. Wir werden angreifen. So, dann. Ja, scheißegal. Das sind Panzerabführeinheiten. So. Mach die kaputt, die Scheiße hier. Los. Oh, Mann, ey. Könnt ihr mal alle auf eins schießen? Nicht auf die Häuser? Tss. Das ist ja wohl echt bescheuert. So, liebe Leute. Dann hier. Zack. Und zack. Weg mit dem Scheiß. So. Dann diese, diese Bürger hier. Müssen sich schon mal hier positionieren. Alter. Maschinengewehre. Ich frage mich, wo der die ganze Zeit diese Verteidigung herkriegt. So, gut. Dann hier rein. Los, rein. Einfach rein. Oh, Mann. Jetzt kommt der Bomber. Ja, ist okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier ein Dings aufbauen. Stadtzentrum. Ach du Kacke, Leute. Das ist wohl nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Das reicht wieder nicht. Ah. Verdammt. Jetzt muss ich auch noch aufbauen. Artillerien. So. Panzer. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, wie soll ich das denn auch machen, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das machen? Also, wann habe ich zuletzt gespeichert? Das ist zu wenig Zeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Das ist zu wenig Zeit. Und ich habe vor dem Angriff auf Norwegen... Ah, okay. Kein Fortschritt also in dieser Folge. Gut. Egal. Leute. Ich habe noch genug Gold. Sammelt erst mal Eisen. Verdammt. 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 Leute. Das ist so nervig. Aufhängen von Schiffen da oben. Verdammt. Ja, schiebt die alle weg. Ist okay. Gut, Leute. Dann macht ihr jetzt mal bitte hier... Na. Wir brauchen gar nicht so viele Jäger. Ne? So. Macht mal das weg, das Zeug. So. Ähm. Macht mal Baustopp, bitte. Baustopp. Ja, auch bitte Baustopp. Verdammt. Ja, das war gerade... Es hätte so gut sein können. Es hätte so gut sein können. So. Ich brauche nämlich dann... Bomba. 200 Gold, 200 Eisen. Nur wir haben wieder... Scheiß Bevölkerungslimit hier. Dann nochmal. So. Haben wir es jetzt alles? Fertig. Fert. Dann... Macht das so... Ach, Leute. Naja, das ist... Das ist doof. Das ist echt scheiße. So. Dann machen wir einmal einen Bomber. Einmal hier so ein ME-110. Ja, vielleicht ist das ja ein Atombomber. Schon wieder Bevölkerungslimit. Ach, wegen den Pennern. Ja gut, egal. Ah, Leute. Das ist jetzt gerade echt ärgerlich, dass das so gelaufen ist. Wirklich. Aber gut. Was soll man da machen? Das ist halt eine schwierige... Eine knappe missende Mission hier. So, Leute. Dann die Jäger mal bitte da hoch. Ich habe keine mehr. Gut, das ist... Nee, das ist kein Atombomber. Okay, dann fliegt man nach da oben, bitte. Dann mache ich jetzt erstmal die Schiffe noch platt. Und Norwegen. Und wenn ich dann Norwegen habe, dann mache ich einen Cut. Alter. Ach, verdammt. So. Egal. Dann... Einmal auf die Schiffe bomben, bitte. Tch. Die Schiffe sind so nervig. Wirklich. Oh, nee. Ich dachte schon, ey. So. Da drauf bomben. Los. Ah, sehr gut. Alles klar. Gut. Dann probiere ich erstmal mit denen hier das zu kombinieren. Und... Die Drecksdinger da mal platt zu machen. Diese Drecksschiffe da oben, ey. Wirklich. So. Liebe Leute. Dann... Ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen im Tunnel. Tatsächlich. Oh, eh. So. Oh, mach das weg. Das Drecksteil. Und da ist noch eins. Da ist noch eins. Mann. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Bomber? Ja, toll. Mach mir alles... Alles weg. Mach mir doch alles weg, ey. Scheiß Brite. Wirklich. So, gut. Da ist mein Bomber. Okay, sehr gut. Der kann mal da hinten hin, weil da waren nämlich auch noch Schiffe. Kann ich mich erinnern. So. Leute. Wo ist er? Wo sind die... Da ist das... Da ist das Drecksding. Mach das weg, bitte. Mach das weg, bitte. Was sollst du ihn wegbomben? So. Und weg damit. Verdammt. Ja gut, egal. Äh, gut. Bauen wir mal bitte Artillerien. Jede Menge, Leute. So. Für die Drecksschiffe. Ja. Ja. Mhm. Boah, das ist jetzt gerade ein Schock. Dass das so knapp nicht gereicht hat, ey. Mein Kommandant. Sehr gut. Dann bringen wir den deutschen Offizier mit. Weil der ja heilen kann, ne? Kann der heilen? Der kann heilen, ja. Gut, liebe Leute. Ähm. Bum, bum. Ja. Noch mehr Artillerien hier. Und der Bomber ist wieder bereit. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann. Auf Befehl. Auf Befehl, ja. So. Okay. Ach, was? Wir werden angegriffen. Was zur Hölle? Wo kommen die denn her? Äh, okay. Okay. Ja, dann kommt mal her. Dann schießt die kaputt. Los. Schießt die kaputt. Verdammte Scheiße. Wo kommen die her? Sagt mal. Okay, gut. Dann habe ich jetzt zwar einen Bürger. Ja, gut. Aber das geht. Was ist das denn hier für einer? Ach, okay. Okay, ja. Alles klar. Sehr gut. Dann noch einmal kurz da hoch. Ich brauche viel mehr Zeit, Leute. Ich brauche mehr Zeit. Kann doch nicht wahr sein. Ja, gut. Es ist halt Blitzkrieg. Ne? Es muss halt schnell gehen. So. Dann macht ihr jetzt mal bitte hier die Schiffe platt. Ihr habt nämlich einen Arzt dabei. So. Wo ist der Bomber? Da ist der Bomber. Hier war irgendwo noch was, Leute. Gut. Alles klar. Ja, wie gesagt. Das wird eine XXL-Folge. Ähm, ja. So. Zack. Ah. Das ist auch gut. Ha. Da ist er. So. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. So. Liebe Leute. Dann. Nicht auf den Arzt. Bist du ein Feigling, ey. So. Deutscher Offizier. So. Sehr gut. Der kann sich zum Glück heilen. So. Dann. Bitte ein bisschen nach vorne rollen. Und dann würde ich jetzt ganz gerne losgehen. So, Leute. Das hier ist nämlich dann Team 1. Und die können sich mal da sammeln. So. Sehr gut, Leute. So. So. Du bist doch drauf. So. So. Mein Gott, ey. So. Drecks Schiffe. Sehr gut. Der verzieht sich wieder. Ja. Dann soll er das mal versuchen, Leute. Ja. Gegen die Franzosen ist es echt nicht einfach. So. Aber es geht schon. Geht schon. So. Weiter. Kommt. So. Ab nach vorne. Ey. Wer schießt auf uns? Wer? Gut. Alles klar, Leute. Dann. Drauf da. Dann. Drauf da. So. Zack. Bumm. So. Artillerie. Tümmel. Weg machen. So. Zack. So. Rums. Und weitermachen. Rums. Genau. Gut. Alles klar, Leute. Sehr gut. Dieser Bomber. Der kann da mal bitte hier oben reinbomben. Aha. Da ist noch ein Schiff. Blöder Penner. Ja, der kann mal hier reinbomben. Ganz genau. Oh Gott. Wirf schneller. Drei. Zwei. Oh Gott. Das war knapp, ey. So, liebe Leute. Dann. So. Dann. Los. Gut. Wir werden angegriffen. Gut. Dann muss ich jetzt noch fünf Bürger machen. Nee. Nicht. Nicht sechs. Fünf. Fünf reichen. So. Können wir den jetzt nämlich hier voll überrennen. Schaut euch das an, wie einfach das geht, wenn er keine Schiffe hat, der Penner. So. So. Panzer weg machen. Los. So. Kapitol Norwegen platt. Platt machen. So. So. Los. Los. Mach die Scheiße weg. Los, Leute. Mach die Scheiße weg. So. So. Was zur... Warum sind die wieder fast kaputt? So. So. Hier. Kaputt machen. Los. Kaputt machen. Wie lange hält das Ding hier durch, ey? So. Dann platt machen, bitte. So. Okay. Bürger. Da fehlt noch einer. So. Dann habe ich das. Sommer 1940, ey. Wie soll ich das denn schaffen? So schnell. Ah. Da ist noch so ein Drecksschiff. Ja. Ja, klar. So. So. Gut. Dann. Team 1 mal bitte. Zurück. So. Zurück. Und die Bürger, die bauen jetzt das Ding da oben auf. So. N. Zack. So. Sommer 1940. Ja, ja. Das ist... Ach. Verdammt. Gut. Aber wir haben jetzt 40 Minuten. Dann mache ich noch 5. Und dann... So. Soll das passen. Heute marschiert deutsche Truppen siegreich durch die Straßen einer weiteren Hauptstadt Europas. Die gewonnenen Ressourcen kommen dem deutschen Oberkommando gerade recht. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir das Ding hier. Noch mehr Panzerabwehr bitte. Ich brauche am besten... Ja, Mörser. Warum eigentlich nicht? So. Sammelt euch mal alle da. So. So. Alles klar. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Fortschritt. Spiel speichern. So. Weil das... Das muss jetzt reichen. Das muss jetzt definitiv reichen an Zeit. So. Leute. Gut. Dann haben wir es gleich. Was macht der denn da noch? Bazooka-Einheit. Ja. Gut. Alles klar. Boah, Viertel vor vier. Ich habe jetzt bald vier Stunden aufgenommen. Ach du Scheiße, Leute. Gut. Alles klar. Dann. Was? Ach so. Ja. Okay. Wir sind wieder... Wir haben wieder Einheiten-Limit, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir das. Genau. Gut. Alles klar. Dann. Hä? Der ist noch rausgekommen? Ja gut. Okay. Dann. Okay. Ja. Gut. Dann, Leute. Wie gesagt. Erklären wir Frankreich nächstes Mal den Krieg. Ich würde das jetzt hier speichern und mache jetzt erstmal Schluss für die Folge. Beim nächsten Mal sehen wir dann, wie wir Frankreich hoffentlich dann platt machen. Und ja genau, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja. Kann man sich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschü tschü.